Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde Minerware, heute mal mit Blubhaule, hallo? Hallöchen! Ist ja schon lange nichts mehr geschehen mit uns zwei zusammen? Mhm. Aber schon richtig lange. Ähm, und wir spielen jetzt, wie gesagt, Minerware und er meinte, er wäre Bro in dem Game, ich meinte, ich wäre Scheiße in dem Game. Was muss man machen? Eine Stone-X. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war Erster, oder? Ich hab's auch geschafft. Perfekt. Das war knapp. Ich hab nämlich nicht mal gelesen, weißt du? Du bist nicht verarscht, du bist viel schneller als ich gerade gewesen. Natürlich, ich hab Reflexe wie sonst. Ich wollte gerade Blue schreiben, hab aber Clue, also Kleber geschrieben. Und musste es nochmal, also musste es Löschenlum wieder eingeben. Aber ich hab gewonnen. LOL! Oh nein, Enderjump, Enderjump. Oh, der war zu kurz. Oh, Scheiße, nein, nein, nein! Der war viel zu kurz von mir. Also von mir aus war das sehr, ah, und runter! Ja, von mir aus war das viel zu kurz, leider. Okay, I lost the... Also ich hab ein Minigame verloren, leider, trotzdem sind wir am selben Stand, find ich cool. Into the Void, schnell! Oh mein Gott! So, ich hab's geschafft, ich krieg' nen Punkt. Ich auch. Ähm, ja, die Folge ist... Oh, ich bin runter. Äh, die Folge gibt's auch bei Blubhaule zu sehen, er nimmt auch auf. Also schaut einfach mal bei ihm vorbei. Ich lauf weg von TNT, was sonst explodiere ich in der Luft. So, da sind einige wirklich gestorben. Der eine hat sich einfach so mit einem Sneaken oder so gemacht, okay. You won the Minigame, das ist schön. Ich auch. Wir sind beides Erster. Schade, nein, 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 nein. Oh Gott! Ja, Gott. Hast du's geschafft, Blubh? Nö. Ich hab versucht, deren Zeug abzubauen. Ja, das geht nicht. You lost the Minigame. Ha, ich hab mehr Punkte als du. Nein, ich bin runtergesprungen, wieso denn? Oh nein! Und ich spawne einfach so und werde instant runtergehittet. Mann, ich bin runtergesprungen, was ist das denn? Und schon prügeln sich ja alle. Ja, ich hab verloren, schade. Egal, ich bin immer noch Erster Platz, hab ich gar nicht gewusst. Infected. Oh nein, wer ist infiziert? Ja, der Zombie da, na, wer denn sonst? Oh, 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 oh. Wer ist infiziert, na, der Zombie da. Ah! Nein, 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 Zombie, Zombie. Ich bin auch. Ich bin infected, fuck. Nein, ich wurde genau am Schluss noch infekted. Scheiße, ich wollte dich abschießen, du bist nicht gegangen. Doch, ich hab dich abgeschossen, find ich cool. Ey, ich hab auch irgendwen abgeknallt. Oh nein, ich schon wieder. Ist das noch weiter weg? Oh, das war zweit. Oh ja. Ich hab mindestens um halben Kilometer verfehlt. Ja! So, okay, ich hab wieder verloren. Ich hab sechs Punkte, der Erster hat sieben Punkte. Vielleicht gewinne ich ja trotzdem noch. Nein, nein, nein! Ja! Ich schär alle Schafe. Ich hab's geschafft. Ich auch. Ich hab drei Schafe oder so geschert. Big Manching! Ich hab's geschafft. Davon ist noch einer. Ich hab einfach mir mal jeden das Schaf wegge... das Schwein weggeklaut. Hab's gemerkt. Ja! Das war ich, oder? Ich weiß es nicht. Das muss ich gewesen sein. Ich hab zwei Torches abgebaut. Was ist los? Ich hab keins erwischt. Ich hab verloren. Was? Ich hab nichts erwischt. Warum denn das denn? Ich realisiere mal nicht, wenn's losgeht. Oh, nee. Infected schon wieder. Warum läuft denn der Zombie mir nach? Ich bin doch nicht so lecker. Ich glaube, der Zombie läuft einfach nur im Kreis. Blubbaune stellt sich da. Ja, das war doch effizient. Ja, du sneakst dich einfach irgendwo hin. Oh! Alter, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin Platz zwei. Ich bin Platz vier. Fünf. Fünf. Komm schon, lass mich Platz eins werden. Ich will Platz eins werden. Nein, noch immer nur Platz zwei. Was ist das denn? Was kommt jetzt? Oh. Nein! Pass auf, da musst du drüber laufen. Ja, ich weiß, du musst über andere Leute Gemaltes laufen. Ach so, das wusste ich nicht. Und warum? Was ist los? Damit malst du die anderen über. Du musst am meisten des Bodens anmalen. Was? Das wusste ich gar nicht. Ich bin immer drüber gesprungen gerade. Du musst halt über den Boden laufen und alles anmalen. Oh, ich hab zehn Punkte und der erste hatte vierzehn Punkte. Ich hab verloren. Ja, ich auch. Mit acht Punkten. Egal, ich glaub, wir machen noch eine Runde, oder? Die war kurz. Okay. Aber Uncut, ne? Uncut. Uncut. So extra einen Titel schreiben. Uncut. Als ob das irgendwie brutal wäre. Uncut FSK 18. Blutgerinnsel im Gehirn. Jetzt ist es brutal. FSK 18. Stimmt. Penis. Jetzt sowieso. Okay, ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt anstellen. Ich auch. Wie Raw Chicken. Hä? Moment. Ich soll das Item benennen? Ach so, das ist eine Diamond Axe. Nein. Ich hab Iron Axe geschrieben. Warum? Ach so. Wir sollten den Namen im Chat schreiben, oder was? Ja, natürlich. Nein, nicht mich töten. Ich hab nur noch dreieinhalb Werzen. Wollte mich verarschen. Warum greifen mich fünf Leute auf einmal an? Ich bin tot. Mich haben drei Leute auf einmal angegriffen. Ja, ich hab jemanden gekillt. Ich hab jemanden gekillt. Warte, wir sind gekillt. Schnauze. Ich hab jemanden gekillt. Ich hab null Punkte, Alter. Ich hab einen. Alter. Du musst craften Enderchest. Oh mein Gott. Ich hab die noch nie gecraftet, aber ich weiß trotzdem, wie sie geht. Ist doch klar. Ha, ich war erster. Es war so knapp. Hab ich es geschafft? Ich hab es geschafft. Ja, okay. Speed up. Break the torch. Break the torch. Meins, das war jetzt meine torch, Alter. Wenn das nicht meine torch war, heiße ich Hans-Peter-Punkt-Punkt-Punkt. Hallo, Hans-Peter. Hallo. Ich hab verloren. Nein, oh, ich bin runtergesprungen. Was ist denn das? Ohne Witz, dass man da nicht irgendwie eine Glaswand machen kann, wenn man nicht in eine Void springen muss. Nein, natürlich nicht. Das wäre doch zu offensichtlich. Deswegen soll man aufhören, rumzuspringen. Wir bekommen alle Punkte, oder? Außer der, der die Hot Potato hat. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, geh weg. Nein. Oh. Ja. Oh, I won the minigame. Die hat scheiß Kartoffeln zugedrückt. In dem Moment. Wo? Blubi, nein. Lass mich leben. Lass mich leben. Alle leben. Lassen leben. In dem Moment. Dammit. Dammit, du rosa Vieh. Hallo. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab vier Punkte und du? Fünf. Vier. Jawohl, ich hab eingeholt. Was los? So, hab schon. Ich hab gewonnen. Blub. Ich glaube, ich nehme eher Bubble Blossom. Der ist cool. Und Skype meint, sich wieder verabschieden zu müssen, Leute. Infected. Are you their next meal? Ich probier's einfach mal. Hallo. Hallo. Schon wieder, ne? Ja. Nein. Runter. Runter. Ja. Ne. Ne, 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 ne. Ne. Nicht mich runter. Nicht mich runter. Nicht mich runter. Na. Ne. Was? Die sind zu zweit. Was ist denn das? Warum greifen mich beide auf einmal an? Und es ist ja nicht nur so, sondern stell dir vor, du hast so einen No-Knockback-Hack. Die Leute können dich nicht runterschlagen. Ich finde das aber ein bisschen scheiße. Weißt du? Was? Die waren nicht, ey. Die waren nicht mal im Team, okay? Und trotzdem attackieren mich beide auf einmal. Okay. Ich hab jetzt sowieso schon verloren, weil ich bin runtergesprungen. Dreimal schon, das heißt, ich hab drei Punkte automatisch verloren. Ich hab nur sechs Punkte. Keine Chance zu gewinnen mehr, aber egal. Ich war gerade voll out of range vom TNT. 19 mal 2 ist? Erster. 38, ne? Ja. Warum you lost the minigame? Willst du mich verarschen? Weil ich als erstes das gemacht habe. Das stand als erster. Ich wär mir mal viel zu weit. Nein, ich hab zu kurz geworfen. Ja, das sieht an der Geschwindigkeit. Deswegen sieht das so weit weg aus. Oh, schade. Wo hat der Creeper? Oh mein Gott. Ich hab überlebt. Da hat jemanden erwischt. Ich hab überall... Guck mal. Oh, hallo. Guck, ich lauf durch die Creeper durch. Haha. Du hast das minigame gewonnen. Ich gewonnen. Ich gewonnen. Oh, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Da erschreckt man sich immer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei. Alter, weißt du? Ich schau hin. Keine Zombies. Dann schau ich weg. Wieder hin. Zwei Zombies auf einmal. Oh scheiße. Ich bin in der Sackgasse. Das ist schlecht. Ich werde eines qualvollen Todes sterben. Das wirst du sowieso. Hallo. Da kommt ein Zombie. Da kommt gleich ein Zombie, ne? Ah. Scheiße. Das sah so gut aus. Da kommt gleich ein Zombie. Guckst du nach links. Von rechts sehe ich so einen Gorm und du wirst gefremdet. Ja, nee. Aber von rechts. Deswegen hab ich nach rechts geguckt, ne? Ah. Gut. Ja, ich würde sagen, das waren zwei lustige Runden. Das war wohl wirklich episch. Vor allem der Schluss, ne? Oh ja. Mit dem Zombie. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Falls nicht, dann trotzdem. Und teilt es und so weiter und so fort. Schaut auch bei Blubpaude vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.